Hallo, hier ist wieder eure Hany und herzlich willkommen zu meinem Verlosungsvideo. Ja, es ist soweit, es ist soweit, die Stunde hat geschlagen. Hier in einer magischen Loskugel, wie befindet ihr euch? Versucht mal meine Hände umzulassen, nicht dass ihr denkt, ich fake, ich drücke. Es haben genau 61 Leute mitgemacht, Leute. Also, wer wollte nochmal am 24. ein Gewinnspiel machen, sollten wieder so viele mitmachen, muss ich dann das Zufallsprinzip entscheiden lassen. Also, sonst wird mir das so sehr Arbeit mit der Schreiberei der Lose, weil die Nikolaussocke, da habe ich ja auch gesagt, dass da die Loskugel, aber ja gut, da werde ich auch nochmal die Loskugel entscheiden lassen und da muss ich halt gucken am 24. Ja, muss ich dann gucken, wie ich das am besten mache und ihr seid hier alle drin, hört ihr das? Ich schüttel mal, ich schüttel mal, ich schüttel mal. Oh ja, das Engelchen soll euch ganz viel Glück bringen. So, ich schüttel mal. Und so seid ihr, mach mal auf, ihr seid, oh, einer ist rausgefallen, da kommt natürlich wieder rein. Meine Güte, ja, das ist so viel. Guckt mal, ihr seid es wirklich bis zum Anschlag voll und da seid ihr wirklich alle drin, ne? Ja, ich habe jetzt einmal durchgeschüttelt. Ich werde nochmal, ich werde nochmal richtig wühlen, wühlen, wühlen. Ich gucke euch an, ich gucke euch nicht rein, ne? So, ah, da fällt wieder jemand raus. Ja, das ist zu viel, das ist einfach zu viel. Ich muss mal eine größere Loskugel anschaffen oder aber, ähm, ähm, ja, muss ich mal gucken. Okay, ich ziehe jetzt, ich ziehe jetzt, ich ziehe jetzt, ich ziehe jetzt, ich ziehe jetzt jemanden, ich ziehe jetzt jemanden. Da ist schon wieder jemand rausgefallen. Ich habe jetzt jemanden gezogen, ne? Ich, ja, ja, ich hebe jetzt denjenigen auf, da rausgefallen ist, weil es kann wirklich nur einer gewinnen. Ja, es ist nun mal leider so, aber ihr habt ja noch die Chance bei der Nikolaussocke mitzumachen, ne? Und, ähm, ja, ne, also, von daher, ich lege euch mal hier so hin und hier seht ihr, um was es sich nochmal handelt, ne? Der Adventskalender und wie gesagt, ne, ähm, ja, könnt ihr noch die Nikolaussocke gewinnen. Die wird am 20. November verlost, am Donnerstag. Da kommt die nächste Verlosung, da habt ihr nochmal die Chance, vielleicht gewinnt ihr da, wenn ihr jetzt hier nicht gewinnt. Oder halt am 24. kommt da nochmal ein Gewinnspiel. So, gewonnen hat, Trommelwurr, 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 oh, ja, ich habe mich ein bisschen verschrieben. Annette K., gucke mal, die Annette K. soll wirklich Annette K. heißen. Ich habe eine sauklaue, Leute. Die Annette K., aber man kann das erkennen, dass es Annette K. heißen soll, oder? Ja, ich habe nun mal eine sauklaue, ich kann es nun mal nicht ändern. Liebe Annette K., ja, ich weiß, ich habe dich gut in Erinnerung, du bist eine treue Zuschauerin, ne? Also, du hast schon öfters bei mir kommentiert, das finde ich gut, ja. Also, ich hätte es jedem von euch gegönnt, aber es hat die Annette K. heißen. Genau, das letzte, bei der letzten Malverlosung, waren es ja welche, die selber hier einen YouTube-Kanal hatten. Das war mir schon ein bisschen unangenehm. Ich habe gedacht, die Leute werden mich bestimmt steinigen und sagen, sie machen so, nee, 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 nee. Es ist wirklich, ich zeige euch gleich den Beweis, dass noch mehrere rumstehen. Lieber Annette K., bitte bei Instagram kontaktieren oder du schreibst mir hier unter dem Kommentar deine E-Mail-Adresse, dass wir uns da kontaktieren wegen der Adresse, weil ich muss dir ja den Kalender zuschicken, ne? Eine Woche hast du Zeit, dich bei mir jetzt mal, ansonsten muss ich nochmal neu verlosen, aber ich denke, ne? Und dann werde ich dann im Laufe darauf die Woche denn, ähm, in der letzten Novemberwoche den Kalender denn verschicken, das ist ja pünktlich zum 1. Dezember, da ist so, ich zeige euch den Beweis, dass es hätte auch, ne? Ja, nochmal, es hätte auch, ich lasse das einfach mal jetzt hier, ihr seht ja, dass das hier oben ist. Warte mal, ich kann euch nochmal, ich kann nochmal bis runter greifen. Es hätte auch Hell 28 05 gewinnen können, ne? Genau, das ist der Beweis. Leider, ja, damit ihr seht, ich habe hier auch mehrere Namen oben stehen. Oder Jojo 20 hätte es auch sein können. Ich schreibe nochmal richtig tiefer rein. Es hätte aber auch Blue Butterfly sein können, ne? Blue Butterfly. Gut, ich zeige euch noch einen Beweis. Ich werde jetzt nicht alle Namen zeigen, die hier, ne? Ach ja, Mara N hätte es auch sein können, ne? Ja, da seht ihr den Beweis. Ja, ihr Lieben, das war's. Das war der Adventskalender, den ihr hättet gewinnen könnt, ne? Ja, macht's gut. Es war mir heute ein ganz besonderes Fest. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerin, ne? Ähm, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi, eure Hanni. T fucko, tulturel. T moon imaginaux ist das洗i, T거든. solves ning mich pop dets. Tacticamente, ihr. Tяла. Für autline.